Für morgen wünsche ich mir weniger Materialverbrauch. Für morgen wünsche ich mir nachhaltiges Wohnen. Für morgen wünsche ich mir nachhaltige Nachwuchsförderung. Für morgen wünsche ich mir weniger CO2-Emissionen. Für morgen wünsche ich mir weniger Verpackungsabfälle in der Logistik. Für morgen wünsche ich mir eine nachhaltigere Welt. Bereits heute treffen wir jede unternehmerische Entscheidung mit diesem Ziel. Heute nutzen wir bereits die Simulation für Teilprozesse in der Produktion. Heute arbeiten wir bereits mithilfe smarter Technologien an einer ressourcenschonenden Gebäudesteuerung. So bilden wir heute bereits die Fach- und Führungskräfte von morgen aus. Heute gelangen durch unsere modernen Fenster mehrere Millionen Kilogramm CO2 weniger in die Atmosphäre. Heute führen wir bereits Verpackungsmaterialien zurück zum Hersteller.